Ja, hallo bei MusikerTV. Hier ist der Detlef von PRS, auch von der Guitarsummit in Mannheim, wie jedes Jahr. Und ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was zeigen darf von PRS. Wir haben eine wunderschöne Gitarren hier dabei, exklusive Einzelstücke, die nur hier auf der Guitarsummit zu sehen sind. Darunter zum Beispiel hier eine wunderbare Custom 24. Und schaut euch das mal an. Wir haben hier eine ganz tolle Quilted Maple Decke drauf in der Farbe River Blue. Wir haben anstelle der 85-15 Pickups 58-15 Pickups. Wir haben ein Palisander Griffbrett mit den 2008er Outline Birds von PRS. Und darüber hinaus einen wunderschönen Palisanderhals zu dem Mahagoni-Korpus. Diese Gitarre ist limitiert auf 10 Stück. Das heißt, es gibt von dieser Gitarre insgesamt 10 Stück in 5 verschiedenen Farben, respektive 2 Stück pro Farbe. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, und ansonsten, hier seht ihr sie nochmal in einem Burnt Maple. Gleiche Gitarre, nur andere Farbe. Dann haben wir hier eine wunderschöne Tremonti, auch ein limitiertes Edelteil. Hier haben wir einen wunderschönen Flame Maple Hals drauf, mit einer Black Chrome Hardware. Private Stock John McLaughlin. Ein Studio aus der Wood Library Reihe. Ja, schon lecker. Und dann natürlich hier Paul himself, sein eigenes Signature-Modell. Eine Pauls-Gitarre, ebenfalls aus der Wood Library, mit auch einer Quiltedecke. Hier in dem Falle in Jade, mit einem Cocobolo-Griffbrett. Und auch hier die 2008er Outline Birds. Und der Hals ist dann auch ein Flamed Maple Hals mit einem einteiligen Mahagoni-Korpus. Ja, also ihr seht, es gibt eine ganze Menge hier an schönen Gitarren. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Wir sind noch heute hier den ganzen Tag bis 17 Uhr. Und freue mich auf euren Besuch. Ciao. Ciao.